Der Chat auch schon sehr richtig raus, dass er ein Synthesizeit hat. Das brauche ich ja gar nicht. Ja, das ist ja so. Ja, ich habe das. War mir klar, dass das der Chat auch weiß, dass das alles ist. Es ist natürlich möglich, mit einem Synthesizer auch ähnliche Töne zu synthetisieren. Das ist ja so.